Hallöchen Leute! Und Willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U! Together! Mit der Daka Und dem Bombal-LP Jo, und letztes Mal sind wir stehen bleiben in der Zahnkuchenwüste Bei Lakidos Garten haben wir abgeschlossen und jetzt kommt Mottens Pressfest-Sturm Ja, das zweite Schloss in diesem Spiel Ich hab Angst Du musst mal einen Blitz rausnehmen Ja, da gibt's keinen Blitz Gibt's Aber hier haben wir einen Leichblumen Und die Feuersteuerung? Ja, machst du zu Feuerblumen Wenn's nur gehen würde Du sollst mich nicht zum Eis machen, äh, extra Du sollst mich nicht zum Eis machen Du sollst mich nicht zum Eis machen Starbarn Na, das Okay Okay Fail gleich mal von Anfang an Sehr schön So liebe ich das doch auf meinen Karten auch Vielleicht mal am Anfang schön Fail hinlegen Bei DRAK auf dem Kanal Schaut's euch an Fails vom Feigschwert Ja, Fail for the Win Also da seht ihr bei mir nur Skills in den schweren Zahmen und den leichten Zahmen Da gibt's dann definitiv immer einen Fail Und dann Und dann Und dann Du die, äh, Dinger unter uns Du musst das so kregen Ja, dann lass mich aus Nein Guckst du dir? Du musst das so Wormachen Das ist alles Klein UIT Du musst das so Wormachen 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 Ne, ich bin oben rum Das hat... Ich bin oben auf der Plattform Egal Egal Starbarn Egal, Starbarn Nummer 1 Jetzt weiß Jetzt weiß Wormachen Wo die rote Röhre hinfällt Die rote Röhre zurück Ist gut Soll es aussieht kann man ja nur nichts Aufverwenden Nein, nein, nein Klar, Mann Wenn wir einen hätten, ja Hau ab Wie kommen wir da nicht mehr runter Kommt wir bestimmt da wieder raus als Mini Magel Klar, ba want Ich habe hier noch eine Ich bin extra nicht reinkengedangen gegen dir Ich wusste, dass du fälschst Ja, danke Hier Schlecht bin ich jetzt auch nicht. Ich habe die Eiche schon gesehen. Ich mich auch. Egal. Das war dann mehr wie überzeugt. Ja, wir haben ja schon alles gesagt. Ach, ich komme ja schon zum Orten gehen. Ja, das ist ja mal so. Gehen oder? Und nix. Oh. Oh. Ich habe es nur gar laut auf. Ich stoppe gekonnt. Jetzt kann ich den Bild gleich wieder aufwenden. Ich springe dann gleich wieder weg. Sollte ich das Bild hier hinziehen? Dass ich gleich wieder auf das Treue komme. Dann bringe ich mich voll aus dem Bild. Voll aus dem Bild. Hilfe. Ich habe auch schon einen Spaß gemacht. Ich will nur noch mal aufwenden. Okay. Hupfaflapa! Hupf! Hups, ich war auf einer falschen Stelle. Egal. Ich weiß es, ob ich lieber hin zu oben bin. Ich komme. Oh, ja. Komm zu mir. Gegenrufe du. Wann kommst du da rüber? Ich bin Luigi, hallo. Ich bin Schumpeloochchiiii. Es ist sch降puloochii- Warte, ich will den Pilz. Du... Dann nimmst den anderen! Individuelle... Was? Warte, warte, warte! Da unten war ein Secret! Ich hab's gesehen! Gib ihn rein, ich bin hier rein! Secret, ich bin im Münzen abstaunt! Ich weiß! Ich hab mich ja schon tot gesehen! Ich auch! War geil! Also... Verdammt episch! Das war echt... Ja! Eigentlich weiß ich ja das nicht, aber... Egal! Sie sind nicht gut gefunden! Aus Zufall! Hallo Morton! Hallo Morton! Juhu! So! Hoieee! Jetzt geht's Morton an den Kragen! Schalalalala! Dann Stahlhand dabei! Was macht er? Igitt! Ja ist klar Morton! Okay! Ich hau dir auch gleich Poké bei dir an! Komm! Bist klar! Ja ja! Das ist gut! Hau ab! Ja! Niederwalzen! Ja! Niederwalzen! Niederwalzen! In der Computer! Ja! Toll! Ja! Ich muss aufpassen! Ja! Ich schüttel mich schon nicht zu dir! Ja! Zum Glück habe ich gerade noch nichts gedrückt! Weil sonst wäre ich jetzt auch unten! Mit Morton aus dem Schiff fallen! Ja! Oh! Dann wäre ich in der Welt... Dann wäre ich hier unten schossen! Dann wäre ich ganz traurig gewesen! Weil du bist sofort alleine vermöbelst! Tja! Tschüss Luftschüss! Tschüss Morton! Hey Luftschüss! Schau mal nach deinen Abgaswerten! Ja! Sollte ich mal in Auspuffkontrollierung! Ja das kann ich ein bisschen! Ja das ist ein Kugel! Ich bin in der Spiegel! Ja das ist ein Kugel! Alle Stornmünzen in der Sandkuchenwüste gesammelt! Wofür das wohl gut ist? Keine Ahnung! Das sehen wir doch mal! Dass wir auch das Spiel doch haben! Ja! Ich würde schon calculator! Schauen wir sie uns im알 talk doen! Münzmeer oder Eiswürfle.. Eisfälle? Ehhh! Ja für das Meer! Ja ja... Das Eis mag ich ja allgemein nicht. Ich sehe bloß bei meinen Parts in Welt 6 war es ein. Doch, weil 6 bei Super Mario Bros. 3 Ja, die Eiswelt. Hey, da ist Pinky wieder! Juhu, Pinky! Warm! Strand der tausendsten Okay. Sieht mal noch nach oben aus. Ich habe eigentlich gerade auf dich geguckt. Nicht auf mich. Aber gehen mal auf. Äh! Warte! 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 Ich bin da. Ich bin da. Eigentlich frees by zip. Stammt sie doch müde. Stabt sie müde? tin Google. Fries Manken? Warte! Los strengthening. WieếnДchen? Du mit dem Luigi Au das hörst du nicht Du auuuu Frist Du bist selber schuld Wichser ja Händerluft Wichser In ihm Uuuu Mensch Cüs Schll Toll Die erste! Nein, tisch! Oh! Die erste! Nein, tisch! Oh! 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 So! So! I need an extra life Uncommon So we see somewhere Come somewhere Was I to do it normally? No No Na ja Na gut Dann halt nicht Mal gucken wo die Lash ist Da kommt Wenn man anders dann helfen wir Verkippen Oh! 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 Wort dem Oh! 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 Okay. Ähm... Wo ist das? Nein! Ja gut, gleich schön. Wurde Paul Blockjag den abschicken. Wollen wir nochmal das Level? Definitiv! Die Suche nach den verlorenen Star-Coins beginnt. Auch wenn's nur eine ist. Such, 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 such... Klang der tausend Fontänen. Dann eben noch einmal. Schon mal tyres Cabin move! Die Sp transformations ohne Weg rank! Die Spenden sci nennt sich insortiert! Hat er weitz graves. Ihr könnt halt dich schla requireen aber auch schlauern! Die Spenden rollen sozusagen! Wie ist das Schlauern dabei im Ko partner? Hallo an! Keine im Koer-Kantemper! Es ist dann auch das Schlau so Und dann gleichs mal auf. Soll ich noch nicht. Oh, okay. Oh, okay. Ah! Ah! Oh, ich bin jetzt nicht. Oh, ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Oh! Oh, ich bin jetzt nicht. Naja, egal. Aufregend ist alle drei Star-Könse. Was haben wir denn hier noch? Tropische Tiefen. Das hört sich irgendwie auch nach Donkey Kong Country an. Wo ist denn jetzt rein? Ja, ich wollte es gerade sagen. Einfach mal zum Köken. Oh, wenn es noch Münzen sind. Nein, Schwimm. Ich liebe es doch so sehr. Oh je. Cheep Cheep, halte. Klasse. Cheep Cheep. Ich habe hier nur die Röhre reingeschoben. Wie auch immer das funktioniert hat. Fassig, Fassig, Cheep. Einfach mal die gelbe Röhre. Du hast nichts. Ich habe hier nur die Röhre reingeschoben. Wie auch immer das funktioniert hat. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer. Okay. Und die Röhre wussten wir, wie wir sie stark waren. Das ist ja alles. Das war sogar die Röhre. Sehr gut. Okay, dann passt's ja. Ja, das war schon so lange, dass du da bist, ich dachte schon, wir haben schon ein bisschen Gras. Und wie du Münzen? Cool. Gelbe Röhren kann ich schon schicken, wenn sie sich mit dir lebt. Nein! Ich glaube nicht, dass die so... ...die hier so gaiten oder so. Pass mal an, die blöden Wasserpflanzen hier. Halmweben. Und Wasserpalmweben. Was ich da noch reinschieben müsste. Von Münzen raus. Finde ich cool gemacht eigentlich. Ah, sehr nett. Hier, guck mal Münzen. Und dann, wir haben Müllbruch. Eines da. Das ist das Schwierigste. Das ist schon ewig lang. Wir müssen uns sagen, was wir nicht machen. Wo bin ich denn eigentlich? Ich hab'n... ...und dann, wir müssen uns aufgefügt. Ich hab'n... ...und dann, wir müssen uns aufgefügt. Ich hab'n... ...und dann, wir müssen uns aufgefügt. Okay. Was gibt's hier? Außer für Toten? Ich hab'n Muskelstron. Jawoll. Ja, wegen Stron gibt's hier nicht. Ich hab'n Muskelstron hier rein. Und für Starkbank. Krass. Ja. Jetzt gibt es den Schalter wahrscheinlich. Ja, diesen Schalter gibt es nicht. Okay. Die müssen wir noch mal eins. Ja, was sonst? Da vorne war doch kurz vor dem Mittelpunkt. Ja. Ja. Warte mal, das komplette Tauchlevel habe ich echt keinen Bock. Nein, nein. Die Hälfte reicht. Hälfte ist schon lang genug. Okay. Ich muss mal nicht in die Röhre gehen. Warum nicht stark, wenn ich ja auch. Wie lange bin ich denn eigentlich? Wie lange bin ich denn? 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 Jetzt kommt sie da drüben. Gute Weg. Hab sie. Sehr schön. Wie lange bin ich denn? Die Strömung ist zu stark für meinen... Zu stark. Ja, zu stark für meinen kleinen Luigi. Zu stark. Zu stark für meinen Lutzi. Lutzi zu lang zu klein. Nicht große Kräfte entwickeln. Toll. Für meinen Lutzi. Gute Weg. Schicksal. Und weiter. Schwimm! Schwimm, Luigi. Schwimm, Mario. Schwimm um dein Leben. Schwimm um dein Leben. Oh! Oh, wow. Da bin ich dann schon von vornherein. Ach, toll. Das sieht auch sehr, sehr vielleicht toll aus. Ach so ein Achtung. Wups. Hab ich die Schnisch mitge... NOMMEN! Ähm, ich glaube, unseren Stein hätte ich sie erreicht haben. Ich glaube, wir müssen wieder raus. Ähm... Ja... Ich glaube, ich weiß, warum wir den Stein nicht weg haben. Weißt du warum? Warum? Es gab einen Fragetime-Block inzwischen drin. Ja, das habe ich mir auch entschieden. Egal, machen wir das einfach. Und wer gab's denn? Aber wer weiß. Ich schieb hier einfach mal die... Oh ja, ich weiß. Nee, kommt der. Ich schieb mal vorbei. Wie gibt's die Cheep-Cheep der die Folgen? Hast du die Lilla noch Fisch direkt? Warte, ich bin doch da. Und diese Cheep-Cheep da... Hallo? Toll, gestorben. Ja, Münzen war schon hier, oder? Weiß nicht, auf jeden Fall, ich gehe jetzt Richtung Ziel. Lapp, ich würde noch kommen, bevor du gehst. Ey, du... Hammer, oder? Ach, kein Leben, egal. Noch mal baden gehen. Oh, ich will mich. Ich weiß schon, warum ich die Unterwasser-Level hasse. Ich habe schon zu viel Erfahrung damit gemacht. Gerne, da werde ich jeden Tag machen. Ich bin echt nichthouses... Schöne, ich bin echt aus. So, auf ein neues Unterwasser-Level. So, auf ein neues Unterwasser-Level. Nysb! Na, du guck dich! Hippi! Session of Thundos. wenn hier alles hat er voll vorhin oh je sind die heute verrückt verrückt mir sagt man vorhin die dicken kann man hier abschießen aber selber vorher hat man auch geprobt ja ich bin hier alles abgehauen einfach alles was hier vor schwimmt so oh 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 man hier 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 das war so ich fai 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 feuer 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 eisen dort so wenn du dann den Stern und stimm dann gleich mal rechts rüber ich nehme meinen Stern ein bisschen später oh nicht jetzt geht er dann halt ich meine ein bisschen länger dann haben wir ein bisschen mehr Zeit ja ich hoffe es ja dann kommt die Röhre rein ja ich bin drin ich bin drin oh jetzt habe ich noch runter na gut bei mir kommt sie nicht hallo wut 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 Du hast den Kopf selber recht. Warte, ich komm jetzt ja nicht gut, ich bin schnell genug. Ah, da, 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 da. Oh, Sutton-Smashing! Hehehe, du gehst mir. Tschüss, geh weg, Luper. Luper deine Freunde? Ja, ich buche meine Freunde hier. Der war elegant. Ich denke sehr. Ja, kann aber auch noch, ich hab auch noch ein Leben bekommen. Level beendet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen. Ja, das haben wir jetzt alle festgestellt, dass du nicht singen kannst. Egal. Also Leute, das war's dann mal wieder mit New Super Mario Bros U für heute. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder weitermachen im Minzmeer. Und zwar... In Bum Bums Schloss. Die Lämmer im Turm der Dornersäulen. Dornensäulen. Dornensäulen, okay. Nicht Dornersäulen, Dornensäulen. Egal. Also Leute, bis dann und ciao. Also, tchausen. Ich glaubst du mir dann. ... Bis zum nächsten Mal.